Los! Muss man noch drücken? Du musst schön drauf sitzen. Immanuel und der Büffel! Immanuel und der Büffel! Das ist schon schnell! Das andere ist Lammeschaum! Hefti, Hefti! Der Büffel hat auf den Kopf! Hefti, Hefti! Fieffel! Hoi! Jetzt bin ich runtergegangen. Jetzt bist du runtergegangen. Aber das ist lustig! Ich habe gewonnen! Was hast du gewonnen? Gegen den Büffel? Oh, ich will aber nachher noch machen. Nein, ich koste immer 2 Franken. Wir haben langsam keine Hilfe mehr. Wir haben schon so viel gekauft. Achtung! Nein, da! Komm jetzt weg! Plötzlich fängt es an. Es ist schön drauf sitzen. Jawohl! Dion gegen den Büffel! Dion gegen den Büffel! Dion gegen den Büffel! Ich will nachher bitte einmal! Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich will aber noch einmal! Es lassen alle 2 Franken! Nein, Manuel! Wir haben schon so viel Geld gekauft. Wir haben schon so viel Geld gekauft. Warte! 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 Halt! Hopp! Dion schlägt diesen Büffel! Ich will nachher noch mal! Ich will nachher noch mal! Ich muss Knotzen! Ich muss Knotzen!